wie viel holz hier ankommt ich merk das gerade das liegt extrem toll das wird man auch bei mir in der aufnahme sind ich habe schon mehrere rein hoch gebaut und mit einmal und mit einmal zack weg war das also wenn du ungefähr weiß ich nicht 50 stacks holz haben willst kommst du ja wer hat denn das haus dahingebaut was jetzt hast du das ganze holz aufgestoppelt nö das sind anderthalb stecks nur ich glaube ich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 die txp oder was rum das ist nervös ich kann das alles mit holz zum gleißen wenn du willst guck mal hier knallkopf ach ja ja solange du kein holz mehr hast also bist du ganz dafür kriegst du ganz viel dreck jetzt jetzt habe ich kein holz mehr dafür kannst du direkt ne ach guck mal ein einer margoy ein kleiner elefant der sturm mit stauben ist guck mal jetzt wie ich das abbaue das ist ja eigentlich alle dann untereinander verbunden sein da da kommen sie schon noch plöppen sie schon hinter mir hinter und unter mir auch das ist das eigentlich für den tag gut leck der johnny hat nur wieder scheiße im kopf wie immer echt sag nicht das dauert jetzt mal bis ich hier wieder rauskomme wahrscheinlich mhm ist auch so ach ja grad verdammt krass an lenken mhm merk ich schon ach ja ja wo ist das du hast dich bewegt hä kommst du immer näher du bewegst dich ja ich bin hier im haus drin ich habe jetzt mal meine tastatur auf die linke maustaste gelegt und dreh mir in die kippe du knallkopf aber echt wenn ihr meint dass ihr echt einen echten knall habt dann schreibt es in die kommentare schreibt es in die kommentare oh ne ah jetzt bin ich raus gut ja fuck ich bring den server noch zu Astel der lebt hier grad die welt nicht ich bin alter will holzig nicht übel mal ganz kurz was scheinen alter ha 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 auf einmal ist alles holz weg mit dem loop hehehe du scheiß hehehe genial ja jetzt lagts ja weil überall so items sind 100 prozent cpu ausflassung hat das ding aber benutzt nur 46 prozent von den rahmen ja da geht doch noch mehr alter jetzt kannst du ein bisschen holz holen das braucht ja gar nicht ich brauche das redwood kannst du kohle draus machen ja danke du arsch es sind drei reihen verschwunden wegen dir was für drei reihen die ich schon hochgezwungen habe ja so gemein zu mir das waren sogar vier reihen schon penner was für rein ja die stämme dich hoch ziehe für das haus wegen zwei blöcken habe ich sie kaputt gemacht gehört zwei blöcke weil der server so geleckt hat ich habe das schon hochgezogen gehabt und dann ist das zack und wieder weg gewesen also ich kann das leider mit holz tot schmeißen hm glaub ich dir machst du auch ja ja voll trocken ja so wieviel stacks habe ich jetzt vier acht zwölf und dann steckst du jetzt alles in deinem sortiersystem viel spaß danke glaube ich spiele gleich eine runde fifa ja ja wie eine runde rumschreien alles mit in meiner aufnahme dann ja klar kann doch gerne wieder liebeslieder singen wenn du willst ja alles klar das macht der hobby mäßig also nicht wundern kommt bei den weibern an ja na sie und wie kommt das hast du am wochenende zuhause bist äh weil ich morgen auf eine hochzeit gehe ja und dann hat mich ein kollege angerufen und euch was machen und dann so nee ich kann nicht ich muss morgen ok im kopf sein hm ich komme nicht auf den verdammten baustamm hoch doch nein 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 was bist du da für ein Mist echt ich hab grad nur eine Hand zur Verfügung na ne ist klar ich will nicht wissen wo deine andere Hand ist an einem kleinen langen Teil an einer Zigarette achso ja 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 klau mir klau mir röst die Tonnen unter den Füßen weg ja klar weißt du doch mach ich doch gerne vom Boss vom Boss ist nicht einfach aus Loks das ist so all seinen Holz ja ne ich will das ja so haben nein du willst es nicht wirklich doch nein doch er ist wieder so gemeint zu mir haut ihn schreibt es in die Kommentare schreibt es in die Kommentare nicht mehr witzig nein nein achja der Johnny ist schon so ein kleiner Vogel echt nein doch nein doch doch werf jetzt dein Grundstück mit Dirt hier fang hau ab und so gut getroffen fisch ist wenn er es hier ah danke du stellst hallo lass mal ne Blöcke im Bohren kannst das nicht ich weiß dafür hast du das ja jetzt gemacht intentionally Alem auf jetzt du Arsch lass mich mal weiter machen endlich Trollololololololol merk ich schon du Troll ja dein Bergtroll das glaub ich dir houm Mann da kommt doch das so im Grundspiel hätte man bin ich gut was für'n Troll immer nur am trollen Troll, 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 troll. Wenn ich dich trollen würde, würde ich einfach direkt auf Streaming zwei Sekunden auf den Baum klicken da und alles wäre weg. Fick dich. Aber ich bin da nett. Ja? Seit wann? Seit vorgestern. Achso. Na dann. Verschiedenes, Verschiedenes. Ah ja. Maschinen. Eine Quarry. Und wieso meinst du jemand benutzt dein Port? Weil ich keine Quarry angemacht hab. Und tausende Stacks an Cobblestone in meinem Sortiersystem hatte. So schlimm. Hm. Hm. Und ich mittlerweile glaube, dass der mir nur Cobblestone und Dirt rüberschickt. Okay. Hm. Achja. So ist das, ne? So ist das Leben. So und nicht anders. Genau. Äh. Größterchen. War ich nicht. Nein. So. Ich spiel jetzt noch ohne FIFA. War Skype. Ich hab Skype. Nee. War Skype. Nee. War Skype. Dabei reden wir über das TS. Hä. Inception. So jetzt wird ne Runde Noobs abgezogen in FIFA. Also die ziehen dich ab meinst du? Ey ich kapp jetzt voll das krasse Team ja? Sicherlich. Ich bin immer noch in Liga 1 und hab letztens 1.600 abgezogen. Jaja. Ich hab ne Sidney Sam, Alter. Der hat 91 Tempo. Mhm. Aber ich glaub nur Messi ist noch schneller. Und Messi. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nooo. Miau. Miau. Genau. Boing. Genau. Ja. Kennt ihr niemals Pokémon, Alter. Doch. Boah. Ich hab doch das richtige Passwort eingegeben. Achja. Ich geb das Passwort 10 mal ein und dann wird es mal so richtig. Bist du wieder sicher? Nee. Hmmm. Wenn du da richtig stehst siehst du, wenn es Licht angeht. Bwee. Hahaha. Achja. Ti ti tu. So. Okay, wenn wir mal wieder Buffe zaubern. ein buch verzaubern ein buch verzaubern mit welchem welchen Anmarschbruch machst du das mann du bist so ledig ich will deine Seiten spüren habe mir bei deinen Laser 2 Gator gemacht ja so mache ich mir Frauenkreis ich komme zu denen hin und sage ich möchte deine Seiten spüren Protection 3 du bist so faltig komm her das ist das geilste du musst dir Frauen so du musst dir voll verwirrt machen du musst dir sagen mann dein Kinn sah aber auch mal besser aus oder so sowas war ein oder sagen deine Falten sehen ich finde deine Falten schön EA Sports it's in the game Schokoladenzüchter Eier Nuss rein Knacker Schoko unser Haus na bitte ich habe gesagt Schoko unser Haus Schoko das ist auch mal so ein Schoko Schoko unser Haus habe ich gesagt Schoko unser Haus ich habe Schokoladen verstanden wer ist total real kennst du den Schoko kommen wir eh nicht in unseren Channel rein Batsch du brauch einen neuen Vertrag ach ja klapp ja du 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 Johnny ist ein kleiner Schifter Achja, so ist das halt. So ist das Leben. Und nicht anders. Genau. Schön, dass du es auch so siehst. Ja. Ich hab 19.000 mal Marvel. Passt schon. Marbeel, ne? Marbeel. Marbeel, bebeel. Schokolade. Ja. Ähm. Was ist das überhaupt hier? Hennequin zieht's. Boah, drück doch mal, du Penner. Boah, scheiße, Leute, wenn Leute nicht weitermachen. Oh. Da weint er gleich. Mhm, enttäuscht er. Ihr müsst ihn alle drücken.